In diesem Video geht es um die besten Rasensprenger. Der Qualitätssieger in unserem Rasensprengertest geht an den Kärcher OS 5320 S.V. Der Rechteckregner OS 5320 S.V. mit Sprengbreitenregulierung dient zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Die maximale Beregnungsfläche des Eckregners beträgt 320 Quadratmeter. Die Wassermenge des innovativen Sprühregners lässt sich bedarfsgerecht von 0 bis Maximum einstellen. Je nach Anforderung sind die Regner von Kärcher wahlweise mit Spikes oder Schlitten ausgestattet. Dabei präsentieren sich die neuen Rechteckregner von Kärcher jetzt insgesamt noch anwenderfreundlicher. Sie verfügen über den integrierten Spritzschutz Splash Guard, der ein bequemes Aufstellen und Ausrichten ermöglicht, ohne dabei nass zu werden. Selbstverständlich sind die Sprinkler von Kärcher allesamt mit dem bewährten Klicksystem ausgestattet und lassen sich spielend leicht an den Gartenschlauch anschließen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Gardena Aqua Zoom M. Durch den Aqua Zoom M von Gardena sparen sie sich Zeit und Anstrengung. Dieser sorgt dafür, dass ihr Rasen zuverlässig, gleichmäßig und präzise bewässert wird völlig ohne Pfützenbildung. Mit seinen beiden großen Standfüßen steht der Regner immer stabil auf dem Boden und überzeugt durch ein gelungenes und modernes Design. Er ist für Flächen von 9 bis 250 Quadratmeter geeignet. Sowohl die Reichweite kann zwischen 3 und 18 Metern als auch die Sprengbreite kann zwischen 3 und 14 Metern festgelegt werden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Rasensprengertest ist der Grüntec Rasensprenger. Der Rasensprenger Primavera der Serie 51 von GRUNTEK ist ein Rechteckregner und speziell für mittelgroße und große rechteckige Rasenflächen mit einer Fläche von bis zu 462 Quadratmeter konzipiert worden. Er ist geeignet für die weitläufige und gleichmäßige Bewässerung sowohl von Blumen und Pflanzen als auch von Rasenflächen und Terrassen. Dank des patentierten Turbomotorgetriebes hat der Rasensprenger Primavera von GRUNTEK eine Betriebszeit von bis zu 1600 Stunden. Die UV-resistente Beschichtung sorgt für einen hochwertigen Schutz und Langlebigkeit. Bitte beachten Sie, dass die Reichweite durch den Wasserdruck Ihrer Leitung und die Witterungsverhältnisse variieren kann. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.